Sie befallen mir, Meldung zu machen, wenn der Planet Druidia in Sicht ist, Sir. Na und? Planet Druidia ist in Sicht, Sir. Sie sind ein Trottel, wie wir ihn brauchen. Das war als Kompliment gemeint. Danke, Sir. Unter dem Ding ersticke ich noch. Wir nähern uns soeben dem Planeten Druidia, Sir. Sehr schön. Mögen Sie einen? Ja! Sie wissen doch, ich trinke immer Kaffee, wenn ich den Radarschirm betrachte. Natürlich weiß ich das. Das wissen alle hier. Und auch wir das wissen, Sir! Haben wir erst die Prinzessin gekidnappt, werden wir ihren Vater, König Roland, zwingen uns, die Luftschildkombination zu verraten. Damit vernichten wir den Planeten Druidia und der Planet Spaceball wird gerettet. Haben das alle verstanden? Geist! Der kocht ja noch! Auch Prinzessin Vespas Raumschiff ist jetzt in Reichweite, Sir. Gut. Geben Sie einen Bandschuss vor den Bug. Vorsicht, Sie Idiot! Ich sagte vor den Bug und nicht mittendurch! Entschuldigen Sie, Sir. Ich tue, was ich kann. Er ist mein Cousin. Wer ist das? Er ist ein Arschloch, Sir. Das weiß ich auch. Ich will seinen Namen. Das ist sein Name, Sir. Arschloch. Major Arschloch. Was ist? Ich hab Probleme mit dem Radar, Sir. Die Quäke brauchen Sie doch gar nicht. Also, was ist? Ich hab Probleme mit dem Radar, Sir. Inwiefern? Der hat nicht nur eine Schraube locker. Es gibt nur einen Mann, der die Frechheit hat, mich mit Marmelade zu bombardieren. Lone Star! Da ist keine Seele drin. Lone Star. Lone Star! Was ist denn jetzt wieder? Wo sind die hin? Keine Ahnung, Sir. Anscheinend haben die Hyperkraft in dem Ding. Und womit fliegen wir? Etwa mit Stadtgas? Nein, Sir. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit? Sir, so schnell sind wir noch nie geflogen. Ob das Schiff das aushält? Was ist mit Ihnen, Colonel Sandfords? Haben Sie Schiss? Schiff vorbereiten! Schiff vorbereiten für wahnsinnige Geschwindigkeit. Ach was, anschnallen! Wahnsinnige Geschwindigkeit! Und los! Sie sollen nie nach der Notbremse greifen! Geht es Ihnen gut, Sir? Bestens. Wie ist es Ihnen ergangen? Ausgezeichnet, Sir. Schön. Sehr klug von Ihnen diesen Helm zu tragen. Ja? Sie dürfen auch rauchen. Bitte verzeihen Sie, Sir. Ich habe da eine Idee. Wie kann es eine Kassette von dem Film Spaceballs geben, wenn wir noch beim Drehen sind? Das ist allerdings wahr. Aber es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt. Tatsächlich? Ja! Instant-Kassetten! Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt! Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt! Sir? Was ist? Nehmen wir das nicht zu wörtlich? Nein, Sie trotteln. Das sehen wir für nur einen Befehl aus. Wir sollen die Wüste durchkämmen. Also durchkämmen wir sie. Habt ihr schon etwas gefunden? Bisher noch nichts, Sir. Sucht weiter. Es hat keinen Sinn, Sir. Wir haben alles durchkämmt. Augenblick. Ich spüre irgendwie die Kraft des Saftes. Des Saftes. Joghurt. Joghurt. Ich hasse Joghurt. Besonders mit Erdbeeren. Trotzdem finde ich euch äußerst attraktiv. Das war auch zu erwarten. Druidische Prinzessinnen werden oft von Reichtum und großer Macht angezogen. Und ich habe beides. Und das weißt du auch. Lord, helf jetzt! Was ist? Sie werden auf der Brücke erwartet. Klopfen Sie gefälligst das nächste Mal vorher an. Verstanden? Ja, Sir. Haben Sie was gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder mal mit Ihren Puppen spielen, Sir. Dann ist gut. Ja, Sir. Dann heißt die Kombination also 1, 2, 3, 4, äh, 5. Also so eine blöde Kombination habe ich noch nie vernommen. Nur ein Idiot würde für seinen Koffer so einen Code verwenden. Danke, herzlich ist euer Ehre. Schlotter? Was denn? Sie sind hier überflüssig. Gehen Sie wieder auf den Golfplatz und üben Sie das Einlochen. Mit dir würde ich auch gern Einlochen üben. Wie lautet die Kombination? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, das ist ja komisch. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Sir. Ja, oh, machen Sie in meiner Gegenwart das verdammte Visier nie wieder runter. Woher weiß ich, dass Sie mir darunter keine Grimassen schneiden? Präsident Skroup? Ja? Dort ist ja der Planet Truidia. Metamorphose abgeschlossen, Sir. Spaceball 1 wurde transformiert in eine... Weltallputze. Saug! 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 Du hast den Ring. Und ich sehe, dass deiner genauso groß ist wie meiner. Er war's. Möge der Bessere gewinnen. Schlack ein! Der Ring! Es ist nicht zu fassen. Du bist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Du Düssel! Weil das Gute zu blöde ist. Danke, dass Sie den Selbstzerstörungsknopf gedrückt haben. Das Schiff wird sich in drei Minuten selbst zerstören. Drei, zwei, eins. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Hey, passen Sie auf meinen Helm auf. Spaceballs. Oh, Scheiße. Dann ist dir der ganze Planet der Affen im Arsch.